Hallöchen ihr lieben, ihr lieben YouTube-Leute, wir sind, äh, ja, wir sind mitten im Sterben. Wir griechen das an, ich muss nochmal laden. Wir sind bei Risen, ähm, ja, beim Risen, beim fröhlichen Sterben, ich muss da vier Echsenmenschen töten, aber hoffentlich geht es... So, ja, Glück gehabt. Ich hatte gehofft, dass ich, äh, mein Schild, äh, dass das funktionieren tut. Puh! Du Kradler! Du Schircher! Ach, das ist spannend! Vier? Vier. Na, schlag mich! Dann schlag ich dich! Der hat mich echt geschlagen. Das, das war ja nur so, äh, das war ja nicht ernst gemeint. Tja, schlag mit der hintere. Ich muss runter da, runter. Nicht so runter. Das heißt verkehrt, mit einem Salto nach hinten hüpfen und dann mit auf beiden Beinen landen, bitte. Das ist doch, das kann man doch wohl verlangen, oder? Ihr kriegt das nicht hin. Bitte, wie habe ich denn das gemacht? Hatte ich da nicht mal ein Helferlein? Diesen Wuhfuß? Ja! Wie habe ich das angestellt damals? Ich bin ja nur wahnsinnig. Mehr ist ja da nicht dahinter. Ich muss einfach wieder mal nur Glück gehabt haben. Hey, ich blocke! Wie kannst du mich treffen, du Kradler? Alter, Schwere! Ja, er ist hier, sterb ich. Er bleibt am Rand hängen, das ist nicht gut. Wie habe ich das angestellt? Wie habe ich das gemacht? Ich glaube, ich bin da drüben in den Raum rein und konnte dann besser kämpfen, glaube ich. Na, das wird nichts mehr besser. Keine Frage. Lauf einfach, lauf, lauf, lauf. Au, au, au! Ihr seht ja, lauf ihn ins Messer. Ein Schwert, wie auch immer. Ja, das war auch nicht gerade klug von mir. So. Einen guten Zeitpunkt abwarten. Schlagt mich noch einmal, bitte. So, schnell trinken. Na, ist schon spät. Wie habe ich das angestellt? Ich werde das vorige noch einmal laden. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Ich weiß, ich bin in den Raum rein. Ich bin mir da recht sicher und habe versucht, mich so zu schützen. Ihr kriegt das nie hin. Niemals! Wie schaut es mit Bogenschießen aus? Ich frage ja gar nicht. Ja. Profis am Werk. Was ist denn sonst? Waffe ziehen? Die Deppen haben mich nicht bemerkt. Sind die auf beiden Augen blind, oder was? Ich verspeichere das jetzt mal. Den Vierer halt. Oh. Ah, da ist ja noch einer. Hallo! Ja, ja. Ist schon gut. Mit meinem Buttermesser, ne? Und ich denke, die kommt da wo weiter oder so, ne? Au! Du Grasler, du Schircher. Ja, hat hingehauen. Fast zumindest. Ja, ja. Ja, ja. Ist schon gut. Ihr könnt euch beide schleichen. Haut's einfach ab. Oder du stirb wenigstens mal. Puh, ich hatte nur Glück gehabt. Ich stirb wenigstens mal. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Ich kann mir bald einen Ventilator da herstellen. Jawohl. Das überlebe ich nicht. Er hat nicht getrunken. Er hat nicht getrunken, weil er an der Kante stand. Ach, du Ah. Du Ah-Loch. Gescheiße. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. So. Die Kampfposition einnehmen. Na, Spaß. Oh Gott. Wie ist das noch gegangen? Wie habe ich das hingeverkelt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe kein... Au. Ich habe kein Au. Ich habe kein Schimmer, wollt ihr sagen. Ja, ja. Du mich auch. Ja, au, 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 au. Ja, auf mich zum Schlagen. Ich will dich schlagen, du Kerl. Kack, Priesterländiger. Gebeten. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo habe ich mich hingeglitscht? Wie, wie? Die Wände sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Boah, wie kriege ich denn das jetzt wieder hin? Hoffentlich wird das heute noch was. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wie ich das angestellt habe. Ja. Es sieht mich, glaube ich. Es hat mich gerochen. Das sind meine Füße. Ja, was ist jetzt? Guck, guck. Wie schaut es da drüben aus in dem Raum? Ich komme da wahrscheinlich nie hin. Da durchstürmen? Das wird auch nichts, ne? Hallo, Trottel, komm her. Ja, ich wollte nur einen haben. Jetzt kommen wieder zwei. Oder vier. Jawohl. Jawohl. Zweimal getroffen. Ah, nichts getroffen. Jawohl. Nichts getroffen. Jawohl. Das war gar nicht mal so schlecht. Das war schlecht. Das kriege ich wieder nicht hin. Heil dich. Heil dich. Sauf. Wunder das Gump. Das ist ja wahr. Boah. Hauf, haf, haf, haf. Sei ein lieber Ex-Mensch und stirb. Au, nein. Ich stirb wieder. Weil ich scheiße stehe. Boah, ey. Boah, ey. Kriege ich nicht hin. Ja, ich stirb wieder weg. Ich habe dafür einfach zu wenig Leben. Das ist ja Wahnsinn. Ich hätte die Tränke noch brauen sollen mit mehr Leben vielleicht, aber... Ich würde sie liebend gern dann in Stärke investieren. Okay, das ist echt übel. So. Einmal getroffen. Wisst, Kerl. Du Kratler, du Schircher. Maus, mach mit. Ich schwere dir. Ich kündige dich, wenn du nicht mitmachst. So. Bitte. Gewalte deines Amtes. Au. Du scheiß Hexengefräß, du Schirchst. Ist ja wahr. Was war das jetzt, Hennes? Mir ist gerade ein Licht aufgegangen. Nur helfen tut es halt nichts. Werfen euch. Werfen euch. Au. Ja, war so klar hier. Ich schlag nochmal. Trinken. Schnell trinken. Schnell trinken. Ach, du kannst nichts trinken. Nein, ich muss da weg. Wie mache ich das? Wie springe ich da rüber? Kann ich da rüber laufen? Dem Eck mein Glück probieren. Wird nichts anderes helfen, ne? Hoffentlich ist da keine Falle. Geronimo. Au. Hier. So. So. 20 Mal drauf gehauen. Einmal getroffen. Schön. Da ist doch ein Stockdunkel. Ja. Jawohl. So. Ja. Hör auf da jetzt. Hörst du auf. Du grausliches Viech. Oh, Alter. Na. 4. Warum müssen es ausgerechnet 4 sein? Trinken. Blocken, 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 blocken. Jawohl. 2 getroffen. 2 getroffen. Nochmal was getroffen. Das ist gerade. Zum Anwesen gerade ein bisschen schwierig. Irgendwas hat meine Maus gerade. Die spinnt da ein bisschen rum. Die hat auch schon keinen Bock mehr. So schaut's aus. Ja, 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 schon gut, schon gut, ist schon gut. Ich hab's schon verstanden. Meine Nase juckt. Ist gut. So, ja, hau mal. Und jetzt trinken. Schnell trinken. Wenn der so, wenn der so, weiß ich nicht, schneller in sich rein kippen könnte, das Zeug. So eine Infusion, so eine Art, ne? Ja. Du Saukerl. Jawohl, zweimal. Das ist echt viel besser an der Stelle. Da kann man wenigstens was trinken. Au, 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 au. Hupapa. Na, komm her, du Kratler. Jawohl. Schüsch. Ja, ja, ist schon gut. Ihr depperten Kratler. Na, was ist jetzt? Braut sich keiner mehr. Alter, ist das grad schwer zu machen, wir sehen irgendwas still. Fick ich grad nicht. Muss ich da nachschauen. So. So. Ja, das war schön. Das war echt nicht schlecht. Au. Du Echsen-Kasch. Au. Trinken. Jawohl. Gut gemacht. Schlecht gemacht. Schlecht gemacht. Schlecht gemacht. Ganz, ganz schlecht. Dreimal, dreimal, viermal. Trinken. Passt. Was ist das? Eine Feuerfalle. Ich glaub, ich spiel. Maus, was ist mit du? Was hast du für Probleme? Ich schwör's dir, ich kündige dich. Was hast du da? Ich hab keinen Bock mehr. Das ist mir wurscht. Und wie du Bock hast, geht's dir so gut. Das ist hinter meine Feuerfalle. Warum ich? Warum? Ihr Arschlocher. Au. So. Arschlochkradler. Dann halt nochmal von vorn, weil's eh so lustig ist. Ah. Ärgerlich. Ja. Ja. Aufs Maul für dich. Scheißwicht. So. Ja. Weck die ab. Heißt auf jetzt mal. Was ist denn mit dir? Du Kradler. Au. Oh. Ja. Aufs Maul. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass ein Bastardschwert hier als Zweihänder gilt. Den hätte ich gern als Einhänder gehabt. Ehrlich gesagt. Ja. Konzentration. Alter, du Mistviech. So. Nix erwischt. Alter, Schwere. Ja, sicher. Muss was trinken. Ich werd wieder abnippeln. Ich weiß es jetzt schon. Fünf. Sechse. Ja, ja. Du hast wie viel noch? Hör auf. Ja, ja. Ist schon gut. Passt. Getrunken. Schön. Fuh. Das war knapp. Du sollst den Priester anvisieren. Was ist denn mit dir, Viech? Alter Schwere. So, Agro. So. Dreimal schön getroffen. Das ist sehr gut. Jawohl. Komm her. Kutsch, kutsch. Gut, 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 gut. Au. Jawohl. Aufpassen. Aufpassen. Trinken. Schnell blocken. Jawohl. Zweimal getroffen. Jawohl. Jawohl. Sauber. Alter. Zu fünft gleich. Was soll das? Das ist ja unfair. Boah, trink. Schneller. Glück. Alter Schwere. Wah, langsam, langsam. Raus mit dir. Au. Aufpassen. Bin schon wieder voll verletzt, ey. Ist das spannend, ey. Hör auf. Bist du deppert? Hör auf. Jawohl. Jetzt wird da bald mal einer abnippen und da das... Ja, eine ist schon mal weg. Gott sei Dank. Ja, ja. Ist schon gut. Komm da her, du Kradler. Jawohl. Der war schön. Ja, ja. So, na, 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 los. Tadabaram. Äh, ja, langsam. Bitte, reagiert sich ab. Ja, ja, schon gut, schon gut, schon gut. Der zu Sonntagsschan, der Priester. Ja, ja, bist fertig? Ja, schaut aus. Snell trinken. Feuerfalle, Feuerfalle, Feuerfalle. Raus mit dir hier, du Kradler. Du hast hier nichts verloren. Schweck mit dir. Au. Ja. Ja, ja. Tschüss. Jawohl, der ist hin. Ich bin auch gleich hin. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ah. Alter, hab ich grad die Hosen voll. Ich hab grad voll die Hosen voll. Nein. Er sauft nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Es ist echt, ich könnte heulen. Was mach ich da nur? Wow. Du grauslichst. Na, jetzt lass mich doch vorbei, du schirrst. Ach, ich hasse dich, du Echsen-Scheiß-Fisch. Du elendiges Scheiß-Echsen-Fisch. Echt. Warum wurdest du geboren? Ja. Wie viel Pech. Wie viel Pech. Ey, es ist so gemein. Wir hatten doch schon zwei. Dann sauft er nicht. Er braucht... Er muss ja mal entkorken. Ja, da muss ich mal schauen, ob überhaupt noch was drinnen ist oder was. Ja, ich sterbe hier nochmal. Ja. Da hab ich keine Chance. Ja. 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 Boah, ist das unfair. Bist du deppert. Es ist so schier. Na, da hab ich keine Meter. Das kann ich vergessen. Er braucht halt viel zu lange beim Trinken. Ich glaub, der stoppelt die leere Flasche noch zu oder was. Keine Ahnung. Schmeiß die Flasche den doch ins Gesicht. Ja. Ja, jetzt hab ich ne Chance vorbeizukommen. Na. Vergiss das mit der Chance. Ich seh nicht, wo ich hinlaufe. Na, das ist, das ist ungut. Damals, ich brauchte damals nur drei besiegen und jetzt sind vier da. Denn ein, der eine war in der Wand drinnen. Den brauchte ich gar nicht zu machen. Boah, das ist nervig. Ist das nervig. Da werd ich grad ungut. Echt, ich werd ungut. Ich werd da grad richtig ungut. Nix erwischt? Der hat mich grad nicht erwischt. Ah, Trottel. Ja. Boah, es ist so schwer. Es ist so wahnsinnig, wie schwer das ist. Und dann tut die Maus nimmer richtig mit. Das ist das Allerschlimmste, was einem passieren kann. Was ist jetzt? Du Kradler. Du Schircher. Das hüpft jetzt auf die Seite, du Trottel. Ja, ja. Hör auf. Ah, aufs Maul. Das Schwert ist halt auch so schwach. Ich soll's mit nem Zweihänder probieren vielleicht. Das... Au! Du Mistviech. Jaja, schau gut. Na, so, das wird echt nix. Hallo. Ja, ja. Dahinter müssen wir ja die Feuerfalle. Na? Irgendwie schon wieder vorbei. Ich hab... Echt, das ist... Das kann nicht sein. Wir müssen da nämlich vorbei. Verstehst? Das ist der Schmäh an der Sache. Wir müssen da vorbei. Hey. Es ist unfassbar. Hey. Hey. Heerje. Jetzt wird die einmal nicht getroffen, läuft's gut und dann schwöre Scheiße. Echt, wenn ich's... Falls doch tot... Oh, echt. Ungeziffer. Echt. Alter. Echt mehr als schlecht. Sag, er braucht zwölf Jahre beim Trinken. Ich muss ja mal schauen, was er überhaupt da trinkt, ne? Das... Alter. Boah. Jetzt hatte ich nur Glück. Der hintere, ne? Der Kradler. So. So. Aus wieder mal. Drei Kilometer weg. Alter. Hörst du auf damit? Trinken. Passt. Schnell schützen. Schützen. Alter, du Mistfick. Du bist sicher. Hör auf. Was hat er denn? Alter. Ist das mal genug? Ungeziffer. Echt. Ja. Oh, zweimal getroffen. Jawohl. So. So anstrengend, ey. Und das Schlimme ist, wir müssen die besiegen. Das ist... Das ist einfach... Das ist einfach so. Trinken, trinken, trinken. Blocken, blocken, blocken. Ja, raus mit dir. Schüsch. Ja, passt. Blocken. Maus, mach mit. Da. Alter Schwede. Ach, das ist Arbeit. Echt. Alter Schwede. Der Inquisitor. Der Inquisitor. Dem erzähle ich was, wenn wir wieder bei ihm sind. Das schwöre ich euch. Au. Jetzt verreißt mir die komplette Maus. Maus. Mach mit. Trinken. Jetzt hat er mich nicht getroffen. Der Dummnus. Du Dummnus. Au. Der dafür. Alter. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Schlag hin. Und gib jetzt Ruhe. Trink, trink, trinken, trinken. Blocken. Blocken, 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 blocken. Raus mit dir. Kradler. Meine Nase. Dieb. Alter Schwede. Alter Schwede. Ihr ekelhaften Scheißviecher, wenn ich euch hinter mir hab. Echt. Dann ist wahrscheinlich der heutige Twitch-Arm zu Ende. Schöner Twitch-Arm. Echt sauber. Sauberer Twitch-Arm. Kann ich mir nur selber loben. Viel erreicht. Nicht richtig. Nichts erreicht. Alter, alter, alter. Schlag mich. Trinken. Blocken, blocken, blocken. Raus mit dir. Alter. Du Schirksviech. Ein blendiges. Jetzt wird ein anderer getroffen. Ups. Au, au, au. Hi, ha, hu. Schüsch. Da kannst du anfangen zum Saufen, ey. Nicht nur Tränke. Balltyran-Tropfen oder irgend sowas. Da. Er ist noch total voll mit ihm. Alter Schwede. Wow. Jawohl. Ist einer gestorben? Ich bin mir grad nicht sicher. Ich glaub, das ist noch zu früh zum Freuen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Fuh. Fuh. Weg mit dir. Nein, endlich. Der Priest ist einmal hin. Vor. Langsam. Nicht übermütig werden. Na komm. Guck, guck. Langsam. Pause. Schlag mich. Mach. Trinken. Blocken. Mit einem OP-Schlag, du Sau. Oh mein Gott. Bitte trink. Gott sei Dank, er hat es hinbekommen. Ja, du Sau, jetzt bist du fällig. Stirb weg. Es ist unglaublich. Alter, gut, der nächste ist hin. Mit ein bisschen Glück, der nächste. Ja, sehr schön. Und der ist noch. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede, gleich. Yes. Jawohl, speichern. Sofort speichern. Ja. Endlich geschafft. Ich glaube nach einer Dreiviertelstunde. Alter Schwede. Vier von diesem Bastard. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich kann mich danach duschen gehen. Oder mich in die Tiefkühltruhe schmeißen. Alter Schwede. Da taue ich die gesamte Tiefkühltruhe auf. Bist du gescheit. Und jetzt brauchen wir dich. Bastardviecher, Elendige. So, gespeichert haben wir das Wichtigste heute. So, den Hebel. Zack. Ich glaube, den haben wir jetzt gebraucht für die Falle. Einen Richterstab haben wir hier. Ja, ist halt leider so. Ist die Falle jetzt entschärft? Bitte? Ja, schaut gut aus. Sonst wären wir schon verbrutzelt. Alter Schwede. Dieser Stein sieht brüchig aus. Ja, und weiter. Ah, da schlägt gleich mal ein Loch in die Wand. Und was ist meine Belohnung? Wahrscheinlich der Tod. Ach so, das müssen wir machen, wenn die entfallen. Aha, aha. Ah, aha, aha. Ja, ja, natürlich ist hier der Tod. Hallo. Aber es ist nur einer. Jetzt haben wir schon... Ja, ja. Der eine bringt mich wieder um. Oder was? Schau dir das an. Was wildest du herum? Du Mist. Ficht. Ja. Aufs Maul. Au. Bist du gescheit. Ja, sag im Zement. Ja, bitte. Yeah. Merci. Passt, hin ist er. Mist, Fink. Und Bröstlichen. Puh. Fackel. Ich habe da einen Hebel gesehen. Der ist sicher wieder wegen Falle und so. Sack. Passt. Unfassbar. Fallen entschärft. Ich sollte lieber speichern vorher. So. Jupp, ist entschärft. Äh, hallo. Uh, langsam. Ja, ja. Sicher sind es wieder zwei. Raus da. Ja, 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 ja. Ist schon gut, ist schon gut, ist schon gut, ist schon gut. Ja, ja. Heißt, lauf jetzt. Alter. Du Kradler, du Schircher. Bist du deppert. Runde damit. Sind da zwei Wächter schwerer. Muss das sein? Jawohl, den ersten haben wir da ist. Puh. Ja, ja. Jawohl. Kommst nachher, ihr Kradler. Bist du deppert. Was da Echsenmenschen sind. Es ist ja schon ein Verbrechen. Es ist ja nur der Heimat. Was soll es denn sonst sein? Shoppen. Auf Urlaub. Auf Tahiti. Ist mir wurscht wo. Nicht da. Au. Ja, ja. Ja, ja. Mach. Trinken. Blocken, blocken, blocken. Ja, zeigst du nicht auf die Gosch, du Mistviech. Du Dreckatz. Ja. Blocken. Fein gemacht. Blocken. Jawohl. Jetzt haben wir mal zurückgeschlagen. Jawohl. Beide erwischt. Puh. Jawohl. Jawohl. Heißt auf. Jawohl. Heißt auf. Au, au, au. Boah, das ist hart. Tschü. Bam. Bam. Der erste Schöpfe besiegt. Sehr gut. Zumindest nur mal du, du Kratler, du Schierer. Ja, ja. Sicher. Sicher, sicher, sicher. Noch was. Dreimal trinken. Passt. Schnell blocken. Blocken, blocken. Wieso blockt das so spät? So, ein guter Treffer noch. Oder zwei. Jawohl. Alter Schwede. Speichern. Richtig. Festo deppert ist das hart. Füh. Danach, nach, nach dem Twitch-Abend hier kann ich gleich schlafen gehen. Bett fertig machen und schlafen gehen. Aus, Ende fertig. Bestonarisch. Waren das hier wenigstens jetzt alle? Schaut nicht so schlecht aus. Ein Altar. Ich habe keine Büste. Brauche ich jetzt eine Büste auch noch? Alte Büste. Ich habe echt eine. Wo bin die jetzt her? Von dem Tag gelootet oder was? Da brauche ich noch eine. Und das Licht ist raus. So. Habe ich da noch eine? Tatsächlich. So viel dazu. Ich habe das nicht. Hallo? Hallo? Kratler? Keine Kratler. Das ist schön. Fackel. Fackel. Ich wollte eigentlich die Fackel haben. Danke. Boah. Ey. Und die Winte. Alter Schwede. Ich muss mal was trinken. Auf euer Wohl. Prost. Das haben wir uns jetzt verdient. Das war jetzt echt heftig. Unfassbar. Boah. Wie mit unserem kleinen Butter Messer. Einem Plastik Becher als Schild. So ihr Deppen. Seid ihr jetzt zufrieden? Das haben wir alles geöffnet. Das wird wohl gut sein. Herr Inquisitor. Ich habe die zweite Winte gefunden. Ich habe die zweite Winte gefunden. Noch mal was trinken. Dann sehen wir uns die Sache mal an. Diese Säulen erzählen die Geschichte dieser ganzen Anlage. Vielleicht siehst du dir die mal an. Was geschieht nun mit dem Don und der Hafenstadt? Was geschieht nun mit dem Don und der Hafenstadt? Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir über sowas Gedanken zu machen. Soll der Don sie doch nehmen. Es ist mir egal. Okay. Was haben wir dann hier? Diese Festung wurde von vielen erbaut. Doch sie folgte nur einem Befehl. Meinen Befehl. Denn ich bin Ursigor. Herr der Titanen. Befehler der Echsen. Sei gewarnt Fremder. Was auch immer du hier suchst, finden wirst du nur den Tod. Herr der Titanen. So soll man. Ja, das ist aber sehr einladend. Das ist ja sehr einladend. Äh, du, da ist übrigens eine Falle und so, ne? Achso, warte. Die zweite Winter könnte eventuell die Falle entschärft haben. Das könnte es sein. Wir werden mal gleich sehen, ob ich oder Matsch bin. Bin ich Matsch? Wow, ich bin... Ja, ich bin Matsch. Super. So viel dazu. Könnte eventuell... Nein. Nein. Ich habe aber gesehen, da drüben ist ein Hebel. Das heißt, ich werde ihn mit Delekinese betätigen. Ja, da drüben ist er. Der Übeltäter. Also Dele, Ki und so. Delekinese. Wo ist sie denn? Einschwöre. Licht. Illusion. Da. Bitte. Der Tunnel. Haben wir jetzt Ruhe? Ja, jetzt schaut es gut aus. Jetzt kommen die anderen auch mit. Nichts mehr mit Matsch. Super. Licht. Da. Ach, Gottchen. Oh, hallo. Da wohnt ja jemand. Hallo, hallo. Hier, das sind meine Erfahrungspunkte, du Kradler. Was? Noch mehr? Wo? Wer? Tatsächlich. So, hallo. Das ist jetzt ja nicht weiter ein Bär. Geh mal aus dem Weg. Hallo. Schisch. Heureka. Zack. Ging super einfach. Wow. Ja, den haben wir auch noch erwischt. Boah. Gut gemacht. Gell? Gut gemacht. Ja, brav bist. Äh, was? Verdammt. Was ist los? Das ist wirklich eine Festung. Ja. Und wir sind nur im äußeren Kreis. Siehst du diese große Zugbrücke? Da müssen wir lang. Geht's dir noch gut, Rass, alter Mann? Vielleicht gibt es wieder einen Weg, die Brücke zu öffnen. Wieso musst du denn sowas sagen? Vielleicht gibt es wieder einen Weg, die Brücke zu öffnen. Das will ich hoffen. Du wirst ihn finden. Ja, war wieder klar. Die anderen werden hier alles durchsuchen. Und die letzten Echsen töten. Das war so klar hier. Du musstest es ja sagen, du Depp. Oh Gott. OMG, OMG. Und schönes Licht ist aus. Immer ist mein Licht aus. Hm? Servus. Der Krummutsch will irgendwas. Ach so, der hat sich zur Ruhe begeben. Ja, der ist schon müde. Das wundert mich nicht. Der hatte heute bestimmt einen harten Arbeitstag, die arme Sau. Der arme Echsenmann. Aber da knurrt irgendwo wer. Aber wo? Da drin? Tatsächlich. Äh, hallo? Futter da. Alter Schwere. Au. Komm, lass dich von mir umbringen. Na, du bist so ein Trottel. Das hast ihm die Erfahrungspunkte gegeben. Du Depp. Ich hätte sie besser brauchen können. Das ist halt so mit diesen Echsen-Deppen. Ich denke, keine fünf Meter weiter. So. Meine Fackel. Was haben wir da? Was steht denn hier? Ich bin Ursegor, Herr der Titanen und Befehler der Echsen. Zu der Zeit, als die Götter kamen, sprach der Dunkelste von ihnen zu mir. Und ich hörte seine Worte und folgte ihm. Der dunkle Gott. Belia. Soll es da nicht Belia sein? Eine Beere. Was haben wir denn da überhaupt? Für eine Höhle. Ich glaube, ich bring mich selber gleich wieder um. Was ist denn das da vorn? Ah, ich glaube, das ist wieder so ein Rindviech. So ein komisches. Dann gehen wir es doch an, oder? Hallo, Rindviech. Au. 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 Jawohl, hier ist es. Verstehst? Das ist fiechisch. Ganz recht, fiechisch. Da unten war noch eine Säule, glaube ich. Warte mal, die Häuschen. Haben wir die jetzt schon alle mal? Da ist noch ein Schwert, ne? Da ist noch ein Schwertelein und eine Steinplatte. Jetzt muss ich mir mal die mal anschauen. Ich habe so viele Steinplatten und noch keine einzige davon gelesen. Ich glaube, man kann sie lesen, ne? War das echt irgendwas mit Wille und so? Ich bin gewillt, das Spiel zu beenden. Das wäre ich so und so, auch ohne Steinplatten. Stimmt. Oh, oh mein Gott. Der kämpft unten. Oh, oh. Meine Erfahrungspunkte, meine Erfahrungspunkte, meine Erfahrungspunkte. Komm. Zieh deine Waffe. Zack, zack, zack. Zack. Na, na. Du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Ich hau dich weg. Echt. Jetzt nimmt er mir meine Erfahrungspunkte weg. Das habe ich dir getan. Ich habe denen gar nichts getan. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bewoche den Durchgang. Wir müssen aufpassen, dass uns niemand in den Rücken fällt. Ein Trostschluck für mich. Kann man die Winte von hier mit dem Telekinese-Zauber speichern, da habt ihr recht. Meine Punkte sind weg. Kann man die Winte mit dem betätigen? Ja, kann man. Gut. Das ist ja gut. Hallo. Hier ist der Held. Jetzt sind wieder lauter dunkle Gänge, ne? Da ist ein Mensch. Da ist ein Mensch. Psst. Hallo. Brennet. Das gibt es doch gar nicht. Wo kommst du denn her? Wir haben ein Tor geöffnet. Und du? Ich bin schon ewig hier. Damals haben die Echsen mich gefangen, weißt du? Dann gibt es noch mehr Wege nach draußen? Oh ja, hier gibt es eine Menge Höhlen. Einige führen nach draußen, aber niemand kennt alle Wege. Nicht mal Jorgensen, obwohl er es immer behauptet. Okay. Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Du meinst die große Zugbrücke? Der Durchgang in die Tiefen des Tempels? Genau. Keine Ahnung. Die war noch nie offen. Selbst die Echsen gehen dort nicht hin, weißt du? Komm schon. Es muss doch einen Weg geben. Naja, an deiner Stelle würde ich mir eine Karte besorgen. Wo soll ich die jetzt bitte herkriegen? Oh. Wer ist Jorgensen? Hör nicht auf ihn. Er redet viel Unsinn. Das kommt von den Pilzen, weißt du? Ich esse die Pilze nicht. Ich halte mich an das Fleisch. Das hält mich davon ab, verrückt zu werden. So wie Jorgensen. Ich sage dir, der macht es nicht mehr lange. Hat zu viel von den Pilzen gefuttert, weißt du? Woher kriege ich eine Karte, wollte ich wissen? Woher bekomme ich eine Karte? Hier ist ein Trupp Echsen vorbeigekommen. Vermutlich ein Jagdtrupp. Die müssten eine dabei haben. Toll. Wo sind sie dann? Hm. Wahrscheinlich noch draußen. Geh runter zum Sumpf und frag Jorgensen. Der hat sie bestimmt gesehen. Aber glaub ihm bloß nicht. Er ist verrückt. Und warum soll ich ihn dann fragen, wenn er verrückt ist? Weißt du was? Das ist wieder so, ne? Wo finde ich Jorgensen? Wo finde ich Jorgensen? Du musst runter zum Sumpf gehen. Aber nimm den richtigen Weg. Den Weg mit den großen Pilzen. Aber iss bloß nicht davon. Nicht mal naschen, sonst wirst du verrückt. Genau wie Jorgensen, weißt du? Danke. Das hast du mir jetzt, glaube ich, zum fünften Mal schon gesagt. Ich kriege das mit schon. Hoffentlich. Boah, da hinten ist ein Ghoul. Der hat auch nur Glück, der Kerl, oder? Dass der noch nicht gefressen worden ist. Den Ghoul haben wir weg. Hallo, du schwarzes... Oh mein Gott, das sind zwei. Das habe ich wieder fein gemacht. Fein zu viel. Brav. Super hast du das gemacht. Heißt auf, du kastest sicher nichts, du Mistviech. Au. Jetzt hörst du aber auf. Erstmal hin. Au. Die Beine hin. Gott sei Dank. Wechseln sie. Das ist ein bisschen ungut. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen ungut. Jesus. Wo geht es hier lang? Was haben wir da? Nichts. Wahrscheinlich ist das ein Unterschlupf. Kann ich mir vorstellen. Wenn er Pause macht. Ja, sehr schön. Das ist ja traumhaft. Und wo geht es da lang? Kann man hier Erze schürfen? Gibt es irgendwas zum schürfen? Oh mein Gott. Da vorne ist ein Echsentrottel. OMG. Uiuiuiui. Sind da viele? Ich sehe da mal nur einen. Was haben wir hier drin? Nix. Das ist gut. Hallo. Hier ist Frischfleisch. Hallo? Ja, da kommt er schon. Schild. Zack, zack, zack. Bam, bim, bumm. So. So. Ah, ah. Ja, sag einmal. Hey, 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 ja. Hey, hey. Alter, du hast es wieder. Hartz haben wir erwischt. Alter, schwer, ist der gut. Komm nur näher, du Kradler. Jawohl, der Schlag hat gesessen. Hey, 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 hey. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Der war auch schön. Jawohl. Gleich haben wir ihn. Ist das entspannt, wenn man nur einen hat? Puh, ho, ho. Jawohl, weg ist er. Sehr gut. Was? Da ist Obsid... Obsidian. Ich hab das gar nicht gesehen. Boah, hoffentlich wird ich schon was übersehen da drin. Netter Ausbeuter. Schon, ne? Fünf Stück. Was haben wir da? Außer Spinnen, Weben. Nicht viel, ha? Boah, ey, hoffentlich hab ich nicht schon was übersehen. Das würde mich jetzt echt ärgern. Mir ist aber nichts aufgefallen, sage ich ganz ehrlich. Ich bin grad angespannt. Ich bin grad angespannt, bin grad angespannt, bin grad angespannt. Puh. Ich bin ja so vorsichtig. Oh, schon gut. Oh, du Kradlers. Du saufig. Ja. Alter, Schwede. Trinken? Haha, nix erwischt. Alter. Mit Volltreffer, na? Vollgas. Mit der Kompot erwischt. Du Nudelaug. Bursche, wicke. Er ist ein Arschloch. Das Viech ist ein Arschloch. Ich weiß schon, welcher Gang das ist. Der ist nicht gesund. Ach, Meno. Muss ich jetzt den wieder besiegen? Scheiße. Ich hab vergessen Speicher, ne? Weil ich toll bin. Füh. Ja, freilich hab ich's vergessen. Meine Güte. Arschloch, komm her. Mann, ey. Das ist so kacke. Ich renne auch herum wie ein Händel ohne Kopf. Ist ja wieder typisch. Boah. Boah. Boah, ey. Boah, ey. Drink, drink, drink. Alter, schwere. Alter, schwere. Stirb. Bitte. Au. Oh. So, triff ja nix. Ich krieg die Krise noch. Ja, Gott sei Dank, jetzt ist er hin. Na, das ist leicht nervenaufreibend. So, also einmal trinken, zweimal trinken, speichern. Na, warte, zuerst noch das abernten. Wo ist es denn? Nochmal. So, draufhauen. Dann speichern und dann ist gut. Wie spät haben wir es denn schon? 21, 21. Das hat sich gelohnt. 21, 21. Okay, da haben wir noch Zeit. Dann ist der ganze Abend heute vielleicht nicht ein ganzes Desaster, sondern ein halbes. So. Dass da Echsenmenschen sind, ich sag's euch, das ist ganz, ganz übel. Das ist echt übel. So. Ich weiß ja nicht, wo ich zuerst schauen soll, ganz ehrlich gesagt. Haben wir hier noch was? Haben wir da noch was? Jetzt, jetzt, jetzt. Das ist halt alles so verwinkelt, ne? Allein in dem Raum hier gibt's mehrere Gänge. Hallo. Hallo. Herr Echsenmenschen. Wow. Ja, ja, ist klar. Ich wollte nur eine neue Combo machen. Und hoffe, dass ich wieder mehr treffe. Das kann ich mir schon mal aus die Haare schmieren. So. Oder eben die Haare schmieren. So. Au. Bushiviki. Ja, ja. Ui. Ja. Au. Bist du deppert. Das war jetzt nicht gescheit. Lauf ein Stück. Trink was. Wieso, du trinkst ihn jetzt nicht? Der macht mich wahnsinnig, der Kerl. Kerl, du machst mich wahnsinnig. Alter Schwere. Was soll man dazu noch sagen? Da kann man echt nur mal den Kopf schütteln. Mensch, Maya. Oh mein Gott. Jetzt kommen drei. Was hab ich jetzt wieder angestellt? Wirkst mich rein in meine Höhle. Eine Höhle in der Höhle. Verstehst? Ja, sicher. Ja, auf mich zu treffen. Der Schwere ist jetzt schon wieder voll Akku. Irgendwas hab ich getroffen. Entschuldigung. Alter. Jawohl. Füh. Nochmal. Boah. Fuh-tata. Super. Einmal getroffen. Jawohl. Fuh-tata-dam-padam-papa. Trinken. Hurra-sasa-san. Wie oft denn noch? Jawohl. Der erste ist schon mal hin. Du Nudel-Aug. Wunder damit. Blocken, 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 blocken. Raus da aus meiner Höhle. Hab ich gesagt. Raus. 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 Au. Raus. Raus. Aus meiner Höhle. Willst du nicht hören? Das ist meine Höhle. Raus mit dir. Steckt er mich? Ja. Gleich ist er hin. Schottig. Jawohl. Der ist hin. Du bist auch gleich Geschichte. Okay. Schüß. Entschuldigung, was heute nicht so spannend ist oder dass wir jetzt so viel erreicht haben. Das ist übel. Aber wir werden noch so viele Ex-Menschen klatschen dürfen. Das ist nur ein Bruchteil für die, was wir hier machen. Ja. Jawohl. Hin ist er. Ey. Wahnsinn. So. Nehmen wir alles mit. Ist ja unglaublich. Aber es ist logisch. Es muss hier irgendwie einen zweiten oder einen dritten oder einen fünften Ausgang geben. wenn man bedenkt, wo auf einmal die ganzen Ex-Menschen herkamen. Die müssen ja irgendwie von da weg. Sozusagen. So. Mal was trinken. Schüß. So. Gibt es hier noch ein paar Krattler? Ich glaube, hier gab es noch ein paar. Da unten ist mal einer. Hallo. Hallo. Ist hier drinnen bewohnt? Nein. Glück gehabt. Langsam. Langsam, langsam, langsam. Langsam. Jawohl. Nichts gut, nichts gut. Trinken. Natürlich zu langsam wieder. Viel zu langsam. Seniorentrinken ist das. Soll ich dir das nächste Mal ein Rödel anbieten vielleicht? Da musst du nicht noch dein schwaches Ärmchen da heben. Das wäre ja was. Die Helden von heute. Ja. Das ist so. Also wirklich. Hallo. Da bin ich wieder. So. Schön noch mit der Ruhe angehen. Komm her, du Krattler. Wo ist jetzt der Priester? Der wird wieder eine Überraschung sein, wahrscheinlich. So. Alter, da gibt es so viel zum Kaputschlagen. Also von den Echsen-Deppen. Komm da her. Du Krattler. So. Zweimal schön getroffen. Puh. Der hintere ist lästig. Der hintere ist sehr lästig. Ich mag den nicht. Trinken. Blocken. Raus. Aus. Meinem Haus. Au. Mein Gottchen. Raus da. Schuh. Schleich dich. Das sagt Zement. Trinken. Schneller trinken. Ja, sicher. Wie viele Kompos denn noch? Fertig? Ja. Hüpfen auf die Seite. Wieso nimmst du jetzt den Hintrein, wenn du den Vordrein nehmen sollst, du Kasper? Echt? Der Held? Der macht einen fertig. Ja. 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 Man nimmt in der Regel eigentlich immer den, der vor einem steht und nicht der hintere. Wo bist denn du? Welche Heldenschule bist denn du gegangen, bitte? Ja. In gar keiner. Schaut mir auch so aus. Ja, jetzt komm. Trau dich. Aha. Jetzt kommt der dritte. Der dritte Kradler. Jawohl. Puh, puh, puh. Ja. Trinken. Blocken. Bist du deppert, ist der schnell. Das ist ja unglaublich. Ey, du sollst den Vorderen anvisieren. Ja, der, was auf das drauf prügelt. Ganz recht. Brinken. Pist du deppert. Alter Schwede. Jetzt sind alle drei herinnen. Wie soll man das jetzt wieder schaffen? Ja, das ist gar nicht so schaffen. So einfach ist das. Mal, der bleibt jetzt wieder irgendwo stecken, der Trottel. Trinken. Blocken. Das war knapp. Das ist ja unglaublich. Hey. Er hat zwei getroffen. Zwei mal getroffen. Ja. 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 Bist fertig? Ungezähfer. Nichts. Gar nichts getroffen. Jawohl. Jawohl. Geh mal. So. Ja gut. Alter, das ist unglaublich. Puh. Die zwei Parts kann ich nennen, kann ich glaube ich benennen, Krampf mit Echsenmenschen oder so. Teil 1 und Teil 2. Super. Au. Jetzt sag ich. Würdest du dich jetzt bitte hier totstellen oder so? Oder umbringen lassen oder wie auch immer? Alter, schlägt mich der von der Seite. Jetzt ist es wieder finster, ne? Jetzt schlagen mich auf einmal alle drei. Jetzt ist der da hinten. Jetzt ist der aufgewacht vor seiner Pause, ne? Dann schaut man zuerst zu, wie seine Landsleute mich da verprügeln. Ne? Und dann schlägt er wieder zu. Irgendwie treffe ich gar nichts mehr. Was ist so jetzt? Könntest du bitte sterben? Bist du, Robert? Ja, katastrophal, das Gemetzel. Bist du, Robert? Schwitzi, schwitzi, ey. Prinken? Ja, zu spät. Der braucht zu lange. Der braucht immer viel zu lange. Es ist so bitter. Es ist immer so bitter. Oh mein Gott. Boah, das ist echt anstrengend. Es ist halt auch echt fies, dass du mit so einer Rüstung... Was, hat er wieder nicht gespeichert? Hallo? Also geh dir nicht gespeichert. Muss ich jetzt so... Es ist halt echt sehr, sehr mühselig, dass du mit so... Ich meine, ich könnte sie ja selber verschmieden, ne? Ähm, Halsketten und so ein Grafelwerk. Wäre sicher eine Möglichkeit gewesen. Unglaublich. Es ist echt unglaublich. Vielleicht sollte ich den tauschen. Sind das jetzt eigentlich Klingen, was die haben? Schon, ne? Eigentlich schon. Boah, das ist echt heftig. Ne, ich kann machen, was ich will. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser, meine Lieben. Es wird nicht besser. Hallo, Kradler. Jetzt kommt gar keiner. Jetzt kann ich theoretisch speichern. Ist das anstrengend, ey. Unglaublich. Hallo? Du musst halt nochmal. Ah, von da hinten kommt schon vier. Kommt da jetzt gerade vier Kradler? Was ist jetzt? Alter. Kack, Kamera. Hallo? Bist du so. Die Maus. Alter, wo die Maus schwir ist. Im Nevada. Ja, ist schon gut, schon gut. Ich weiß, es ist jetzt wieder zu viert, die Dreckskradler. Trink, 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 trink. Raus aus meinem Haus. Irgendwas ist gestorben. Ja, bist du deppert. Wenn es dir einmal in die Tür reinmault, hast du ein Problem. Ja. Vor allem visiert er immer irgendeinen nutzlosen Typen an. Trink. Weil er ist so schlecht im Trinken. Ja. Du merkst, dass er kein Pirat ist. Ja, das war einfach los. Alter Schwede. Da wirst du echt müde. Das gibt's ja. Da kommen vier Arschgeigen daher. Wieso immer vier? Kann nicht immer jemand einzeln kummern? Zu einer nach dem anderen. Ich bin auch nur alleine hier. Scheißviecher. Hallo. Und dann kriegst du es wieder nicht mit, dass ich da bin. Als wenn sie auf allen Augen blind wären. Ja. Dreimal getroffen. Ja, ja, ist schon gut. Ja, der wischt mir natürlich. Ist ganz klar. Mit seinem Buttermesser. Wie kann er mich so treffen? Ja. Ich weiß es nicht. Es ist mir echt ein Rätsel, wie er mich da als Vollgas treffen konnte. Wenn du eh das Schild hast. Das ist unfassbar. Äh, ja. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Na, das... Als Magier kann man die sicher Vollgas besiegen, denke ich mal. Du rufst deine Hilfe allein und gut ist. Äh, äh, äh. Ich hasse euch. Ihr elenden Echsen, Heinis. Alter. Na los. Du langweilst. Echt. Ja, natürlich der Hintere. Alter. Trink! Ja, ist der langsam. Ist doch derart. Wie ein... Wie ein 30-Jähriger, wollte ich sagen. Genau. Wie ein 130-Jähriger beim Saufen. Alter, voll getroffen. Der Trank ging sowas von ins Leere. Mist, du Teppert. Trinken, 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 trinken. Das gibt's ja nicht. Wie, den braucht ihr denn beim Trinken? Das kannst du so nicht. Sobald die im Haus du sind, ist es schon wieder vorbei. Das ist so anstrengend, ich sag's euch, ihr blöden Scheißviecher, ich hasse euch so sehr. Da sind mir doch die Ork-Krieger lieber gewesen. Die sind so stark wie die Orke-Liebte damals. Weil mit so einem Schwert kämpfen, ne? Dass du es selber hergestellt, dass du es selbst hergestellt, verstehst du, ist ein Dreckwert. Ja, Blocken mit dem Schild, nicht mit dem Schwert. Ein Gartner, diese Helden von heute. Ja, ja, ist schon gut. Wir haben beide getroffen. Trinken, trinken, trinken. Ich hämmer da drauf, ich schwör's dir. Du Kradler. Jetzt visiert er wieder den Hinteren an. Das ist echt... Wieso visiert man den Hinteren an? Das ist taktisch ja kompletter Bullshit. Kein Mensch der Welt. Niemand greift zuerst den Hinteren an. Immer den Vorderen. Alter. Bist du jetzt fertig? Jetzt visiert er wieder den Hinteren an. Du bist so dämlich wie die Nacht finster, echt. Freund, das ist... Unglaublich. Ja. Alter, das hab ich zu früh aufgemacht. Trinken. Blocken. Blocken. Das ist... Anstrengend, wirklich. Alter, meine Finger, die kann ich heute wegschmeißen. Alter. Nichts getroffen. Aber nix. Gar nix. Tote Hose. Komplett. Saufen, 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 saufen. Alter. Blocken, blocken, blocken. Boah. Heulende, tausende, hunderttausende, donnernde Granaten. Kann man nur mal fluchen, ey. Die sind so schwer. Die sind so schwer, ey. Alter. Geh abkratzen, bitte. Geh einfach abkratzen. Ja. Ja, vielleicht kann. Vielleicht geht's jetzt. Es ist schön, dass die Wand hin glitsche. Das ist ein Bastardviecher, der erstes Mal erledigt. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Du sollst nicht die Wand schlagen, sondern den Echsenmenschen. Ja, genau. Boah, ey. So, jetzt ist eine Ruhe da. Alter Schwede. Bisto Depp hat Blut und Wasser geschwitzt, ey. Na, hör auf zum Aufmachen. Warte mal. Wenn da gar nicht einer daherkommt, dann haut er die weg. Mal was trinken. Das ist unglaublich. Unfassbar. Wir sind halt gar nichts vorangekommen. Aber, ja, sicher tun wir das noch aufknacken. Und nochmal von vorne. Ja, ist klar. Natürlich. Und jetzt? Und nochmal von vorne. Natürlich. Jetzt haben wir's. Was haben wir da Schönes drin? Schlösser öffnen. Drei Warnertränke, die wir nicht brauchen. Und ein paar Goldmünzen. Das ist alles für so ein schweres Schloss. Ich habe da jetzt mit einer legendären Waffe oder irgendwas gerechnet. Leicht übertrieben. Nautilus Verwandlung. Lichtzauber. Und 436 Goldmünzen. Das ist schön. Was ist das für ein komischer Stein? Anti-Magie-Kristall. Aha. Aha. Gut. Kann man speichern. Bestog shit. Dann waren hier noch ein paar Krattler, glaube ich. Hallo. Hallo. Arschkopf. Ist der blind? Und was ist mit dir da drüben? Bist du auch blind? Knurren tun sie alle aber blind sein. Hallo? Jawohl. Ja, sehe ich. Jetzt kommt der Trottel nicht da rauf. Ist ganz klar. Sicher. Warum? Warum soll er bei so einer kleinen Steigung nicht drauf, also überhaupt drauf können? Wie viel sind da jetzt? Vier schwerer. Das wird nicht... Au. Hallo. Ich habe geblockt. Bist du deppert? Bist du deppert? Bist du deppert? Ja, freilich. Weißt was? So langsam werde ich aggro. Das ist unglaublich. Ich schieße jetzt... Ja. Was denkt man sich bei so einer Programmierung dabei? Was denkt man sich dabei? Das würde mich echt mal brennend interessieren. Was denkt man sich dabei? Wohnt hier drinnen jemand? Ja. Freilich. Jetzt bleibe ich hängen. Ist ganz klar. Natürlich muss ich hängen bleiben. Das geht auch gar nicht anders. Dafür hat man hier ja Wände und alles eingebaut, damit man ja hängen bleibt. Aha. Ein Echsenmensch-Priester. Au. Wieder so eine Agro-Saune. Ja. Natürlich. Nichts. Ach. Bist du deppert. Ja, ja. Schon gut. Ja. Alter Schwere. Der hält schon wieder so viel aus. Ja. 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 Na ja. Toll. Ein Schlag. Wieder ein. Ganz toll. Ja. Ding, ding, dong, ding, dong, dong, dong. Alter Schwere. Trinken. Trinken. Blocken. Schlagen. Hallo, wieso schlägst du nicht? Der sauft. Der sauft nicht nur Tränke, da bin ich mir sicher. Und wie oft noch, du Sau. Du bist doch deppert. Das war ein Wicke. Du Kack-Echsen-Priester, du Dreckiger. Schleich dich. Raus da. Jawohl. Dreimal getroffen. Jawohl. Sauber getroffen. Echt. Unglaublich. Hallo. Hallo. So. Gleich hammer den einen. Oder er hat uns. Ist ja gut, was ist denn los mit dir? Ja, gestern. Jawohl. Kack. Trottel-Typ. So. Mist, dog shit. Langsam richtet sich das Ganze. Boah. Boah. So. Wieder speichern. Und fortsetzen. Fuh. Wie schaut's da oben jetzt aus? Da müsste man normalerweise looten dürfen. ein Amulett. Ein Amulett. Ein Kessel. Äh, ich glaube, ich glaube, ich habe keine Zwiebeln, oder? Das könnte ich kochen. Ja. Ich verzichte. Ich verzichte. Ich verzichte drauf. Ich verzichte drauf. Und einen großen Heiltrank. Und einen großen Heiltrank. Den kann man immer brauchen. Ich habe nur mehr elf Stück davon. Ja. Den habe ich weggelutscht wie nichts anderes. So richtig weggelutscht. Der Rob ist nix. Ja, bist du narrisch. Echt. Mehr kann man nicht anders sagen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Als wie bist du narrisch. So, jetzt haben wir da oben noch einen Kratler. So, lala. Da unten, glaube ich, werden noch welche sein. Ist hier drin auch jemand? Ja. Hui, da boll. Puh. Sarkelzement. Das wollte ich so jetzt gerade nicht. Aber ist wurscht. Komm nachher. Du grafliches Viech. Jawohl. Schön getroffen. Puh. Karament. Yes. Ja, ja. Ist gut. Hallo. Ich hatte Schild. Ich hatte Schild. Trinken, 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 trinken. Bist du da? Bist du jetzt fertig? Nein, nix fertig noch. Ach. Zum Glück ist das nur einer. Na komm. Gesterben. Jetzt mach mal hin. Nicht da. Da hinten krebst auch wieder einer rum. Schlimmer als Ungeziefer. So viele. Blocken. Blocken, blocken, blocken. Blocken, blocken, blocken. So. Bist du jetzt hin? Na, Gott sei Dank. Der nächste ist erledigt. Da liegt schon bald ein ganzer Berg von diesen Viechern. Speichern. Und der nächste. Es wäre schon bald klasse, wenn ich da bei dem Haus da die Deppen heranlocken könnte. Hallo. Hallo? Hallo? Vielleicht der Nachbar da oben? Hallo, Herr Nachbar. Oh mein Gott, das sind zwei Nachbarn. Das sind zwei Nachbarn. Vorher war doch nur einer da. Puh. Puh. Kack, Nachbar. Drei. Jetzt sind es auf einmal drei. Scheiße, ich bin gerade aus dem Arsch gekrochen. Ja, ja, ist schon gut. Du bist so gut, du auch. Komm doch her. Fuh lala. Uh lala. Uh lala. Uh lala. Äh. Warten. Saufen. Was? Blocken, blocken, blocken. So. Boah, ist der Agro. Bist fertig? Jawohl. Der hat vorhin es abbekommen. Ich aber auch. Das ist der Bagage. Ruhig Blut. Ruhig Blut. Ruhig Blut. Trinken. Blocken, blocken, blocken. Boah, schweck ihn. Raus aus diesem Haus. Bist du teppert. Nicht weil alle drei drin sind. Das ist immer der Tod, wenn alle drei da sind. Vor allem, weil er immer den Falschen anvisiert. Es wäre doof. Es wäre doof. Trinken. Brav. Blocken. Fass drauf. Ja. Das wäre jetzt gut. Jawohl. Langsam. Langsam, mein Freund. Bist du teppert. Hallo. Hallo. Bist du damit? Jawohl. Bist du damit? Ja, sag einmal, hör auf damit. Geht. Trinken. Blocken, 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 blocken. Blocken. Boah, Alter. Oh, schiefes Viech. Oh, Alter. So. Fudarababat karamschkada. Es ist so anstrengend, ey. Wenn das hier geklirrt ist, bin ich so glücklich. Alter, schiefes Viech. Alter, schiefes Viech. Schüch. Trinken. Blocken. Jawohl, der Hinter ist mal tot. Gott sei Dank. So. Jetzt bist du gleich über den Jordan gehen, hoffe ich mal. Ah, Alter. Jawohl. Dreimal getroffen. Das ist sehr schön. Bist du damit? Trinken. Blocken. Oh. Gut. Das war jetzt so schlecht. Ja. Fuh, caramba. Trinken. Blocken, blocken, blocken. Blocken. Pfff. Trinken. Alter. Bist du teppert, ey. Der Kradler. Der Kradler geht mir am Nerv, ey. Geh doch sterben. Das gibt's ja nicht. Saufen. Bitte sauf. Alter. Hä? Ja, der ist hin. Alter. Bist du teppert. Bist du fertig? Du Kradler. Bist du teppert. Bist du teppert, block? Alter. Ist das mühselig. Ja, endlich sind sie hin. Alter Schwede. Na bist du teppert. Die könnten schon fast 5000 Erfahrungspunkte geben, so schwer sind die momentan. Alter Schwede. Das haben wir da im Schrank drin. Ähm. Dele Kinesen. Nehmen wir gerne. Einen Trank. Das saufen wir gleich. Der gibt nämlich plus 10 Lebensenergie dazu. Und Goldmünzen. Jawohl. Fein. Das nehmen wir gern. Aber ist denn der komisch gestorben? Vielleicht ist das ihre Erholungsphase. Keine Ahnung. So. Der Dietrich ist hin. Ja, leider. Auf mein Verfahren. Aber jetzt. Jawohl. Oh, gut geraten. Starke magische Heilung. Einen Ring. Ein paar Pfeile und ein paar Goldmünzen. Super. Puh. Ja, so schön langsam werde ich müde. Das ist ja krass, ey. Die sind so stark. Das ist ein Wahnsinn. Schnell nochmal speichern. Alter, die sind so stark. Die sind so stark. Das ist unverschämt, wie die stark sind. Okay. Okay. Aber nicht Ruhe. Es müsste aber dann schon bald Ruhe sein hier. Levitation. Nehmen wir gerne. Bolzen und ein Echsen-Schwert. Nehmen wir auch gerne. Nehmen wir alles mit. Ach, du liebe Zeit. Ja, ich werde mich auch gleich hinsetzen. Ich sitze zwar schon, aber... Im Spiel setze ich mich gleich mal hin. Da drin ist auch nochmal ein Kradler. Boah. Jawohl. Jawohl. Schön reinmaulen in die Ecken. Puh. Blocken, blocken, blocken. Blocken, blocken, blocken. Blocken. Ja, bitte. Zehne ist auch schon... Ach, du heilige. 22 Uhr. Ja, super. Ja. Eigentlich dann schon Schluss. Ja, ein bisschen drüber noch ein paar Minuten. Boah, die Zeit vergeht. Ist das ja kein Wunder, so wie ich fehle. Verwandlung in ein... Verwandlung. Verwandlung in eine... Asche-Bestie. Oh, das ist aber nicht schlecht. Illusion erschaffen und 143 Goldmünzen. Sehr schön. Boah. Den Kasten machen wir noch auf. Bist du der, aber das ist so viel, hey. So viele Gegner. Ein paar Fakren haben wir da. Mittlere magische Heilung. Skelett beschwören. Berserker. Schriftwolle erhöht die Kampfkraft und im Nahkampf rübergehend um 50 Punkte. Das kriegen wir jetzt erst. Und rohes Fleisch. Das kriegen wir jetzt erst. Geht's da hinten jetzt weiter? Oder ist das jetzt nur... ...ein weiterer Raum? Aha, da kommen wir hier hin. Ah, da kommen wir zu ihm wieder hin. Ach so. Ach so ist das. Okay. Gut. Aber ich glaube, hier drinnen sind wir noch nicht ganz fertig. Ich glaube, da krebst noch was rum. Oder? Unten vielleicht. Tschüss. Entschuldigung fürs viele herum Gefehle. Es tut mir wirklich leid. Aber das ist echt hart. Das ist richtig hart. Da ist noch so ein Arsch. Komm her, du Arsch. Den machen wir noch platt. Und dann ist Schluss für heute. Ja, ja. Sicher. Außer er macht uns platt. Das kann natürlich auch passieren. Gut. Servus. So nicht, mein Freund. Ja, ja. Komm nur her. Oh, der war nicht schlecht. Ja. Ich hoffe, wir haben den Raum dann bald mal kleiert. Das gibt's ja nicht. Die müssen ja bald mal ausgestorben sein. Da ist der Raum jetzt ausgestorben. Bei den Kratlern. Jawohl. Wup, 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 wup. Level aufgestiegen. Na, wenn das kein schönes Ende ist. Für den heutigen Samstagabend. Perfekt. Aber noch eins gehe ich schnell kontrollieren. Und zwar den Raum hier. Oh mein Gott. Das schwirrt so ein Rindviech. Sollen wir das noch machen? Sollen wir? Sollen wir nicht? Ich schau mal kurz, was da so abgeht. Wuh, wuh, wuh. Ja, ja. Schon gut. Au. Schlimmer als jeder Keiler, dieses Sauffiecher da. Au. Ja, bist du Depp. Warte, der pufft mich schon wieder. Trink mal was. Au. Wie kann der sich so wehren? Das darfst du nicht. Ja. Cha, 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 hi. Ho, ha, cha, cha. Leise hin, das Mistviech. So. Na. Jetzt dachte ich hätte gewonnen. Nichts ist. Jetzt aber. Du brutales Mistviech. Was haben wir da noch? Eine Steinplatte. Oh, das war's. Passt. Ui, der Raum ist clear. Boah, ist das mühselig gewesen jetzt. Schuuu. Puh, tada. Ich glaube, wir haben nichts übersehen. Wir haben, glaube ich, keinen Kradler vergessen. Ich hoffe halt. Krebst du mit Weiner rum? Freilich krebst du mit Weiner rum? Ich schär mich halt nimmer. Nein, ich mag nicht mehr. Nein, 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 nein. Da ist noch einer. Passt, die machen wir nächste Woche. Für heute ist genug. Wir waren da. Ihr habt's jetzt genug gelitten. Ihr habt's genug gelitten. Ich hab gelitten. Wir alle haben gelitten. Nächste Woche geht's weiter. Ihr Lieben, vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Durchhalten. Vor allem schon mal fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ihr lieben YouTube-Leute, euch ebenso einen wunderschönen Tag. Ganz gleich, wann, wie, wo ihr das Video schaut, die Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal und sehen tun wir uns in einer Woche wieder. Ich würde sagen, wieder am Samstag ab 19 Uhr. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank nochmal und euch allen eine gute Nacht. Tschüssi! 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 Vielen Dank.